Jo Freunde, ich bin mal wieder in Fortnite drin und wir haben jetzt die Jack Sparrow Sachen hier am Start schon ein bisschen drin, ich habe mich gerade erst eingeloggt, ich möchte die natürlich auch haben und wir wollen natürlich so schnell wie möglich hier leveln. Das Ganze kostet 1000 V-Bucks, ihr habt es wahrscheinlich schon und dort ist der Skin schon mal direkt da. Perfekt, ausrüsten, einfordern, damit können wir schon mal starten. So, was brauchen wir jetzt natürlich Aufträge und hier möchte ich euch was zeigen, wie ihr das super schnell könnt. Verdiene EP auf Inseln von Creators, damit können wir natürlich hier diese ganzen, wie heißen die, verfluchtes Gold bekommen und im Bestfall geht ihr da einfach, ihr seht, ich habe bisher noch 000, ich habe noch nichts gemacht hier, geht einfach auf die Lupe, geht auf folgende Map drauf hier. Passt auf, 1, 4, 3, 3, 1, 5, 9, 3 und dann hier noch 9, 2, 8, 2. Einige von euch kennen die Map vielleicht schon, das ist nämlich die Rainbow One Map. So, wir gehen drauf, so sieht es aus, links unten muss XP stehen, das steht da, aktive Spielergrad 32 drauf, wir gehen einfach mal drauf, machen das Ganze auf Einzelspieler und dort können wir super, super easy XP fahren. Das läuft schon seit ca. 2 Monaten, die Map, die wird auch nicht gefixt, ähm, was heißt gefixt, also irgendwie, dass ihr das nicht mehr könnt oder so, gesperrt, wie auch immer, ist eine ganz normale Map, ihr könnt Münzen sammeln und könnt das Ganze sogar AFK machen. Also super easy, ich nutze es immer zwischendurch, wenn ich irgendwie leveln möchte, ich zeige euch mal, was wir da machen können und wie viele XP wir am Ende des Tages bekommen, für quasi nichts tun. Deswegen, gerne reingehen, gerne einfach machen, wenn ihr drin seid, einfach auf Gefällt mir drücken, würde mich freuen und ich zeige euch kurz, was ihr machen müsst. So, so sieht es aus, also wenn ihr reingeht, sehr, sehr gerne hier auf Favorisieren und Gefällt mir drücken, würde mich freuen, wenn ihr das macht. Wir sind gerade Level 81, so und ihr seht schon, wenn wir drin sind, wir brauchen nichts machen, die XP fangen direkt hier an zu laufen und gar nicht mal so wenig. Und was ihr jetzt machen könnt, ihr lauft einfach hier durch und sammelt Münzen, ihr könnt das Ganze aber auch, ihr seht schon hier, ich bekomme zum Beispiel jetzt hier 400 XP ca. pro Münze. Ihr könnt das Ganze machen im Sprinten, ihr könnt das Ganze aber auch AFK machen, indem ihr einfach hier folgendes macht, ihr lauft entweder im Sprint oder normal, dann macht ihr kurz hier diesen Map-Modus an, so, ich stelle mich mal ein bisschen so rum hier, so, Map-Modus anmachen und dann einfach auf zum Beispiel hier zurück, bei mir ist Kreis auf Playstation und dann seht ihr, laufe ich automatisch. Ihr seht ja unten bei den Beinen vom Jack Sparrow, dass der automatische Lauf angeschaltet ist und ihr seht auch, dass die XP trotzdem weiterlaufen. Und das könnt ihr jetzt so 15 Minuten lang machen, ihr könnt in der Zeit was anderes machen, einfach laufen lassen, so sammelt ihr hier AFK eure XP. Und ja, andernfalls einfach durchlaufen, ihr seht die XP funktionieren, durchlaufen lassen, selber durchlaufen, wenn ihr Bock habt. Diese Map, eine der Top 1%-Maps weltweit in Fortnite, ich sehe es in den Statistiken, hier was die XP-Ausschüttung angeht, deswegen besser geht es wirklich nicht. Ähm, ja, viele von euch kennen die Map schon, viele nicht, falls ihr noch nicht kennt, gerne spielen, könnt ihr jederzeit machen, immer wenn ihr wieder XP braucht, einfach mal machen. So, ich lasse das einfach mal durchlaufen jetzt, ich mache das jetzt einfach mal hier so und mache jetzt hier auf AFK laufen. Alle 15 Minuten müsst ihr einmal den Stick bewegen und dann gucke ich mal, was ich hier nach, ich weiß nicht, guck mal wie lange ich drehen bleibe, was ich da in XP bekommen habe. Und natürlich unser verfluchtes Gold, was wir dann abholen. Ich würde sagen, ich mache kurz auf Stop und sage bis gleich. So, ich laufe jetzt seit ziemlich genau 25 Minuten hier einfach so rum. Wir gucken mal kurz, was wir haben, ich halte einfach mal an kurz. So, und zwar sind wir jetzt, okay, Level 83 schon, ihr seht, das zählt immer noch weiter hier. Und das waren jetzt über zwei Level, zack, die 10.000 knapp nochmal draufgerechnet hier. Und ja, im Prinzip könnt ihr jetzt die ganze Zeit so weitermachen, aber ich gehe jetzt einfach mal hier raus. Also wie gesagt, 25 Minuten war ich jetzt so ziemlich genau wirklich hier drin. Und wir gucken mal, wie viele Goldmünzen wir jetzt hier bekommen am Ende. Für diese zwei Level 15 Battlesterne erstmal bekommen und gut, 600 verfluchtes Gold. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Für 25 Minuten im Prinzip nichts tun. Einmal kurz habe ich den Stick nochmal kurz angetippt, dass der nochmal zählt, dass ich nicht AFK bin. Und dafür habe ich jetzt schon mal hier das erste Ding halb voll. Ihr könnt das eine Stunde machen, ihr könnt das auch noch länger machen, bis ihr das komplett voll habt hier. Wichtig nur, alle 15 Minuten einmal kurz den Stick bewegen, dass das natürlich hier aktualisiert. Also, über zwei Level gemacht, innerhalb von 25 Minuten. Wie gesagt, bleibt ruhig länger drin, falls ihr XP braucht. Und das zu dieser Map hier, super, super easy, nutze ich jedes Mal. Von daher wollte ich euch nochmal zeigen, funktioniert immer noch. Und das zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Und auch sehr, sehr gerne hier im Shop, Creator Code, ist bei mir auch schon wieder raus. Oh, einmal iPlayTobi eintragen, perfekt, dann ist das bei mir nämlich auch wieder drin. So, würde mich auch freuen, wenn ihr das macht. Ich denke mal, ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, Freunde, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.